Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, hier auf dem Kanal von Kreativfalter Papier-Uni-Karte mit Herz. Die Webseite ist www.kreativfalter.de backslash shop oder aber eben die Webseite an sich. Und ja, auf der Webseite muss noch so einiges verändert werden, aber das habe ich ja schon öfters mal gesagt. Ich habe vorab, bevor es losgeht, eine Frage. Es gibt ja einige, die die Dye-Cuts doch regelmäßig bestellen und dann ist natürlich die Frage, wie bringe ich die unter, wie sortiere ich die, wenn sie eben nicht gleich verarbeitet werden. Ich habe jetzt hier mal so einen Aufkleberbogen erstellt, wo die ganzen einzelnen Kategorien, also das sind hier die großen, sind die Hauptkategorien und das sind eben halt die Unterkategorien. Da ist jetzt natürlich so die Frage, hättet ihr an so einem Bogen Interesse? Das ist jetzt so meine Frage. Das ist jetzt hier was ganz, ganz Einfaches und der ist auch noch nicht geschnitten. Den müsste man sich selber zuschneiden, weil dann kriege ich bedeutend mehr rauf. Hier unten hat es mir nämlich schon nicht richtig gedruckt, wie man sieht. Das habe ich eben gerade erst gesehen gehabt. Das heißt, die Felder könnten auch noch ein bisschen kleiner. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich dazu mal ein Feedback bekommen würde. Ich würde diese Linie vielleicht noch ein bisschen zarter machen. Damit hättet ihr die Möglichkeit, eine Schneidelinie zu haben. Und ich könnte auch den Hintergrund farbig gestalten. Das ist eben halt jetzt so die Frage, ob das auf Interesse stößt, weil ich brauche das nicht machen. Ja, wenn das gar keiner benötigt, weil ihr alle eure eigene Stempelaufbewahrung, also eure Standsteilaufbewahrung eben halt habt. Das so zum Anfang. Aber wir starten auch gleich los, denn ich möchte mal wieder ein Wochenende haben. Und deswegen gehen wir auch gleich los. Hier kommen wir zu den Kobaltmädchen. Ich habe die ganzen Motive auf zwei Sets aufgeteilt, damit es nicht gleich so kostenintensiv wird. Sie kommen immer in so einem Tütchen mit so einer Verpackung. Und da haben wir jetzt das Set Kobaltmädchen 1. Diese Karten sind 10 mal 15 Zentimeter. Normalerweise randlos. In dem Produktbild steht auch noch randlos drin. Das muss ich noch ändern. Denn es kam ja die Information, dass es auch ganz schön wäre, wenn sie einen Rand hätten. Und der ist circa 5 Millimeter. Es könnte sein, dass man sich das hier noch so ein bisschen anpassen muss an der und der Seite. Aber ja. Ja, 210 Gramm. Und dann zeige ich sie euch mal. Ich hoffe, das klappt mit dem Licht alles ganz gut. Gut, da haben wir Püppi Nummer 1. Hier haben wir Püppi Nummer 2. Da kommt eine kleine Kämpferin. Das ist die Püppi Nummer 4. Da haben wir Nummer 5. Die sehen so zucker aus. Also ich liebe sie. Und damit wird es auch demnächst ein Projekt geben. Und da haben wir Nummer... Ach, keine Ahnung, welche Nummer. Ich habe schon nicht mehr mitgezählt. Da kommt die nächste. Es sind wirklich alles unterschiedliche Motive. Auch wenn sie alle in einem Farbschema letztendlich irgendwo gehalten sind. Und da haben wir dann Nummer 8. Ja, ich hoffe, euch gefallen sie. Das ist das Set 1. Ich weiß gar nicht, das andere Set hatte ich auch schon mit Rand gedruckt. So, das kommt zur Seite. Und das kommt hier hin. Und dann kommen wir zu Kobaltmädchen Nummer 2. Da haben wir diese kleine zauberhafte Maus. Dann diese süße. Diese. Dann kommt sie hier. Ich bin auch schon am überlegen, ob ich sie nochmal in einem Format anbiete. Wo dann jede Püppi... Also wo immer 2 auf so einer Karte drauf sind. Aber da könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr dann an diesem Format auch Interesse habt. Das ist dann praktisch 5 mal 15 Zentimeter. Ja, also... Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. So, dann haben wir sie. Denn wenn euch die Motivkarten zu groß sind, dann sagt mir das. Dann verändere ich eben halt die Motive auf diesem Format. Dann haben wir sie hier. Das ist hier so ein bisschen kämpferisch angehauchter. Ja, denn diese Lady und diese Lady sieht jetzt auch nicht so lieblich aus. Also ich habe praktisch bei dem Set, zwar sind hier auch liebliche Püppis mit drin, aber dieses Set ist dann doch ein bisschen mehr so ein bisschen kämpferisch angehaucht. Schon alleine durch die beiden. Also sie hier und sie hier. Das so für jeden, was dabei ist. So, das ist Kubatmädchen 2. Achso, halt hierhin. So, das muss ich mir aber auch gleich wieder drauflegen. Weil hier steht es nicht mit drauf. Weil sonst, wenn ich jetzt jedes Mal hier auch noch den Produktnamen mit draufschreiben würde, das wäre ein immenser Aufwand für mich. Weil ich mache das wirklich alles selber. Ja, also ich habe da keine Druckerei oder so. Das kommt alles aus meiner Werkstatt. Ja, es wird sportlich. Und ich sehe gerade, ich habe bei dem Bogen einen Fehler gemacht. Haha, wer sieht ihn? Wahrscheinlich keiner. Ich muss den nochmal bearbeiten, denn er ist gespiegelt. Und ja, man kann nicht lesen, was hier draufsteht, weil es spiegelverkehrt ist. Wie gut, dass ich das jetzt sehe, während des Videos. Das ist ja mal wieder echt Bingo. So, aber ja, es ist ja super, dass es mir aufgefallen ist. Das wird nach dem Video natürlich dann gleich korrigiert. Also, wenn ihr reingehen solltet in den Shop, dann ist es auch schon richtig rum. Aber das ändert ja nichts an diesem schönen Design. Nein, es ist ein Einzelbogen. Denn, ja, mit so einem Einzelbogen kann man ja nicht allzu viel anfangen. Dieser Bogen ist auf 210 Grammatur gedruckt. Und ja, im Querformat. Allerdings muss ich ihn nochmal spiegeln, wie gesagt. Denn, ja, man kann ja mit so einem Bogen jetzt nicht so viel anfangen. Also habe ich mir das hier ausgedacht. Baseball 1. Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, irgendwelche Titel dafür zu kriegen. Bei dem anderen, der Designerbogen heißt Baseballzeit. Und das heißt jetzt hier einfach mal nur Baseball. Wir haben hier auf dem Bogen 31 Stanzteile. Es wurde ihm nur in Creme angeboten. Das Designpapier biete ich in zwei Varianten eben halt an. Ach nee, auch momentan nur in Weiß, oder? Kann ich das auch in Creme anbieten? Ich glaube ja, ich muss nochmal nachgucken. Aber Faktum ist, dieses Stanzteile-Set wird es nur in Creme geben. Denn da sieht das eben halt einfach am besten aus. Weil diese Farbnuance eben halt sehr ins, ja, in diese braun Variante eben halt reingeht. Und in Weiß saß einfach, es passte einfach nicht. Die Stanzteile selber sind zwischen 8,4 und 1,6 Zentimeter hoch. Ich habe auch diesmal wieder Schriftzüge erstellt. Bei den beiden Schriftzügen muss ich nochmal nacharbeiten. Oder habe ich schon nachgearbeitet. Aber die Bilder sind noch nicht da. Ja, hier muss ich noch Zwischenräume entfernen. Weil der Plotter das eben halt einfach nicht vernünftig ausschneidet. Falls ihr das jetzt hier sehen solltet. Ja, dass das so ein bisschen krumplig ist. Dieses Set habe ich nämlich auch bis jetzt erst einmal geschnitten. Von da habe ich noch keine, kein anderes. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein. Die Leute, die es schon bestellt haben, wofür ich mich ganz, ganz herzlich bedanken möchte, die kennen die Qualität dieser kleinen, süßen Scheißerchen. Ja, ich habe die Zwischenräume dann mit Bällen aufgefüllt. Diese Bälle sind nicht alle identisch. Es sind unterschiedliche. Auch diese Schlagstöcke sind vier Stück an der Zahl. Es ist jedes Mal ein anderer Schlagstock. Ich kenne mich mit Baseball null aus. Denn ich weiß zum Beispiel auch nicht, was das für ein Teil im Baseballbereich ist. Aber ich denke mal, die, die sich dafür interessieren, die können damit was anfangen. Sekunde. Ja, da musste ich mich mal ganz kurz räuspern. Faktum ist, ich hoffe, ihr habt Spaß daran und findet das genauso toll. Die Schriftzüge haben wieder den Blauton und Rotton aus diesen Stanzteilen. Ich habe mich da an diesen beiden orientiert, damit das eben halt harmonisch passt. Denn diese erstelle ich immer selber. Ja, gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Nö, 300er Kammatur und sportfrei, würde ich sagen. Ja, es gab doch den kleinen Wunsch. Es gibt gar keine Hamster und man findet nichts von Hamstern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann setz du dich mal ran und guckst mal, was zu machen ist. Und da haben wir hier den kleinen Hamster Rolli. Ist der nicht zuckersüß? Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja, bei uns ist es verdammt dunkel und ich habe immer noch keine andere Lichtquelle. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist, wie es ist. Es wird alles besser, glaubt mir. So, hier haben wir den Bogen Nummer 1. Auch wieder auf 210 Gramm. Allerdings nur in weiß, weil da sieht es eben halt am besten aus. Dann haben wir Hamster Rolli, wo er auf dem Mond ein kleines Nickerchen hält. Und dann haben wir Hamster Rolli einfach nur mit Köpfen. Dann, ja, er wollte sich mal als Mädchen verkleiden und hat sich eine Blume ins Haar gesteckt. Denn Rolli ist ja eigentlich mehr so ein Jungsname oder so. Naja, egal. Ich habe jetzt keinen auf die Schnelle gefunden, der für beides passt. Dann hier in einem schönen, frühlingshaften Design. Und dann nochmal mit Streifenhintergrund. Ja, und ich möchte natürlich ja auch wieder mal ein bisschen mehr kreativ sein. Also habe ich auch mal was gezaubert. Eine kleine Karte. Und ich finde die total knuffig. Und ja, ich wollte die euch unbedingt zeigen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was macht das da drauf? Das ist ja nicht aus den Bögen. Nee, ganz klar. Ja, weil Papier alleine reicht ja nicht. Also wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und deswegen kriegt ihr auch diese Stanzteile. Die sind jetzt hier auf Creme gedruckt. Ich würde sie in beiden Varianten anbieten. Vielleicht biete ich auch das Designpapier noch in Creme an. Ich muss das mal ausprobieren, wie das aussieht. Ich denke mal, das könnte gehen. Natürlich sollte dann eben halt einfach mal klar sein, dass alles das, was hier weiß ist, ist dann natürlich Cremefarben. Ja, also das muss jedem bewusst sein. Klar, auch das habe ich schon das ein oder andere Mal gesagt. Aber nicht jeder schaltet ja heute, also schaltet vielleicht heute das erste Mal ein. Und dann ist natürlich die Information sehr wichtig. Auch diese orangefarbigen Streifen werden dann anders in ihrer Farbnuance. Ja, also das ist dann immer so ein bisschen abgeschwächt. Weil, ist ja klar, darunter befindet sich eben halt ein roten, cremefarbener Cutstock. Ja, aber ihr könnt ja schon mal sehen, wie sich das verhält. Ja, also so stark ist der Unterschied dann nicht. Ja, normalerweise wäre der Rand hier weiß. Also hier haben wir ja, warte mal, dann nehme ich auch den richtigen. Wo ist er? Mein kleiner Hallo. Hier ist er. So, ich zeige euch das jetzt mal hier so. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich kann es nicht erkennen, ob ihr das sehen könnt. Da sieht man eben halt einfach den Unterschied. Ja. Das wirkt eben halt immer strahlender, weil der weiße Rand ist. Und das wirkt dann immer ein bisschen abgedämpfter. Was ich persönlich auch ganz gut finde. Jo. Das ist mein kleiner Hamster Rolli. Der hier kommt. Also das Designpapier hat sechs Seiten auch wieder im Querformat. Und dieser kleinen sind zehn Stück an der Zahl. Die beiden hier oben habe ich gespiegelt und die beiden hier unten habe ich gespiegelt. Alle anderen sind einmal vertreten, so dass man hier einen, der nach rechts, also nach rechts guckt und einer, der nach links guckt und die anderen sind ja sowieso von vorne. Da macht das nicht so viel Sinn, die zu spiegeln. Jo. Ich komme nochmal ein bisschen näher, damit ihr sie besser sehen könnt. So. Das sollte, denke ich mal, reichen. Und dann wird's crazy. Ich bin so gespannt, was ihr gleich sagen werdet. Ob ihr die genauso cool findet wie ich. Ich muss hier bloß meine Ordnung beibehalten. Da sind die rasenden Saurier. Ich fand die so cool. Wie gesagt, ich fand die so mega Hammer. Und ich habe wirklich ganz lange nach einem Spruch gesucht, den ich eben halt dann noch mit reinsetzen kann, weil für den Standstil hat es nicht mehr gereicht, der Platz. Aber für den Spruch. Und da habe ich dann einfach genommen, nimm es gleich, die ersten 100 Jahre sind die schwersten. Das war das, was zu Dinosaurier für mich jetzt so am besten irgendwie passte, weil sie sind einmal unter Fantasy Dinos drin, aber sie sind auch unter Festlichkeiten Geburtstag drin, weil da passen sie einfach mal richtig genial rein, finde ich jedenfalls. so und ich habe hier wirklich darauf geachtet, dass es einmal eben halt für die Kartenbastler ist und auch eben halt für die ADC-Bastler, dass das hier wirklich gut drauf passt. Ja, so und eben halt auch im Hochformat, ja, im Hochformat könnte man sogar glatt den auch hier raufsetzen. Gespiegelt habe ich hier in diesem Falle nicht wirklich. Sie fahren alle nach rechts rüber. War hier einer, außer der hier, den habe ich dann nach links gelassen. Wie gesagt, ich finde sie sowas von cool. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn ihr mir dazu mal ein bisschen Feedback geben könntet, weil es ja doch mal was ganz anderes irgendwo ist. Es sind 14 Stück und das Höchste, also das Größte von der Höhe her ist 6,8. Das ist der hier unten und mit 4,3 haben wir Ihmchen hier. Ach, ich sehe gerade, hier ist ein Stanzteil nicht rausgegangen. Also ein Stanz-Element und das werde ich jetzt mal hier schön rausnehmen. Das geht auch ganz einfach. Jo, wie gesagt, ich hoffe, Sie gefallen sich genauso gut wie mir. Da wird es auch noch einiges geben zu. Denn nächste Woche, Samstag, gibt es kein Shop-Update. Es wird auch keine neuen Produkte an diesem Samstag in Zeit geben. Erst wieder zur dritten Woche. Ich brauche einfach mal ein bisschen Luft. Ich habe gestern in den Spiegel geguckt und dachte, ups, wer guckt dich denn da an? Ja, manchmal ist es so und dann muss man einfach die Reißleine mal für einen Moment ziehen. So, und dann haben wir die magischen Federn. In einer neuen Ausführung, also letztendlich eigentlich nur in einer anderen Größe, denn die anderen waren eher so für Alben oder für Slimline-Karten gedacht gewesen und es kam der Wunsch eben halt auf, sie wirklich nochmal in einer anderen Größe zu bekommen. Dem Wunsch bin ich nachgekommen. Es sind schlichtweg 24 Stück. Das heißt, es gibt jetzt die magischen Federn in drei Größen. Ja, einmal das ganz große Set, wo die zwölf Federn eben halt sehr groß sind. Ich weiß jetzt die Maßangabe nicht aus dem Kopf und hier habe ich mich wirklich an dem ATC-Maß gehalten. Ich nehme jetzt hier wieder mal mein Rohling, weil der hat das ATC-Maß. Faktum ist, sie passen entweder wirklich im Hochformat drauf, so dass man sie hochkant nehmen kann oder sie passen immer im Querformat drauf. Ja, also es ist sowohl ein Kartenset wie auch eben halt wirklich ein ATC-Set. Also da ist wirklich ein großer Spielraum und ja, was soll ich groß sagen, es wird sie im Rauweiß geben und es wird sie in Creme geben und sie sind 7,7 Zentimeter hoch, das Höchste und das Kleinste ist 5,1. Hier habe ich vergessen, die K und G-Größe anzugeben, das werde ich aber im Produktbild noch nachholen. Das ist mir leider untergegangen. Bei den Saurias ist es auf jeden Fall schon und ich glaube beim Baseball-Set auch. Das werde ich nochmal überprüfen, damit das dann jetzt in Zukunft immer mit dran ist, dass ihr wirklich immer seht, was ist das Größte, was ist das Kleinste. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich das bei allen Produkten nachträglich noch machen werde, die schon drin sind, vielleicht immer mal wieder, aber wer eben halt doch ab und zu auf der Webseite oder in dem Shop drin ist, sieht, dass noch ganz viele ja, Kategorie-Bilder eben halt fehlen, weil ich kann das nicht ausstellen. Mir wäre es natürlich lieber, ich könnte nur ein Bild machen oder eben halt nur diesen Shift-Button von der Kategorie, aber das geht leider nicht. Ich muss beides bedienen und da muss ich mir natürlich irgendwas einfallen lassen und das kostet natürlich auch eine Menge Zeit. Ja, ich hoffe, dass ihr wieder viel Freude damit hattet und wir sehen uns dann auf jeden Fall zum nächsten Shop-Update in 14 Tagen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es wird wahrscheinlich morgen ein Monster-Paket geben, was ich präsentieren werde. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einschalten könntet, weil da steckt so viel Liebe drin, das kann ich gar nicht in Worte ausdrücken und ja, es würde mich einfach tierisch freuen, wenn ihr da an meiner Seite beim Auspacken seid und dann kommen weitere Projekte. Das ist ganz klar, denn ich habe natürlich schon die Produkte für die Woche drei und vier fertig und ich werde euch da leider Gottes ein bisschen spoilern, aber umso höher ist der Anreiz vielleicht einzuschalten. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ein zauberhaftes Wochenende. Ich hoffe, bei dem einen oder anderen scheint die Sonne hier in Berlin. Es ist ein trüber April-Tag. Bye-bye ihr Lieben, ich drücke euch, euer Kreativ-Walter. Bis zum nächsten Mal.